Hallo zusammen, mein Name ist Dennis. Ich bin Drittlerohrstift in der Firma Ernussbaum AG und heute zeigen wir euch drei Abteilungen der Firma. Das wäre zum ersten Buchhaltung, eine ist Marketing und eine ist Einkauf. Also kommen wir doch einfach schnell mit. Hier sieht man mich und die Arbeitskollegin gerade in der Abteilung Marketing bei den neuesten Flyer und Vorhaben besprechen. Ich finde es gut, dass man im Marketing kreativ sein kann und dass man oben sieht, was man gemacht hat. Als KV bei den Nussbaum durchlauft man sechs Abteilungen. Das ist cool, weil es sehr abwechslungsreich ist und ich nachher optimal auf den Arbeitsmarkt nach der Lehre vorbereitet werde. Hier sehen wir mich im Einkauf. Das Gute am Einkauf ist, dass wir sehr nahe mit den Logistikern zusammenarbeiten und daher zwei Wochen ein Praktikum im Zentrallager machen dürfen. Das war der Berufsalltag als Kaufmann in der Firma Nussbaum AG. Haben wir dieses Interesse geweckt, dann bewirb dich doch noch heute bei uns. Tschüss zusammen!